Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Let's Play hier auf meinem Kanal, nämlich zu Cat Simulator. Wow, hab mich ja meinen eigenen Spuck geverschluckt. Cat Simulator, man kann jetzt im Singleplayer aber auch im Multiplayer spielen. Ich spiele jetzt erstmal im Singleplayer, im Multiplayer weiß ich gar nicht, wir können uns das mal anschauen. Nickname, aber ich glaube nicht, dass ich da jetzt irgendwie andere Leute finden werde, oder? Ich kenne das Spiel nicht, ich habe das auch noch nie gespielt, ich weiß nur, dass wir hier eine Katze haben, die wir uns kümmern müssen. Custom Match, Quick Play. Oh, hier sind tatsächlich, ah, wir können die Katze sehr... Oh, guck mal. Oh. Ach, da sind, da sind, da sind, da sind, da sind andere Katzen. Lass mich... Wow, die Katze ist aggressiv. Oh, wir können... Oh. Oh. Sorry, wer bist du denn? Wow, Digga. Wie? Das geht nur um ein paar Sekunden. Ich will aber, ich will aber unendlich spielen. Nein. Ich bin auch gerade... Oh. Ist das süß. Oh, wir können weiterspielen. Oh, das Spiel ist geil. Was machen wir da? Oh, wir können kratzen. Was soll ich denn überhaupt machen? Ah, wir sollen Gegenstände zerstören. Ah. Scheiß Fernseher braucht keiner. Ich will ein paar Folgen von machen. Oh. Ah, ich führe gerade. Noch. Eine Minute. Ich muss gewinnen. Ich muss gewinnen. Ich bin der Meister des Zerstörens. Oh. Ich muss noch... Ja, guck mal. Sind gerade am verlieren, dann kauen alle ab, ne? Ja, alle sind weg, weil sie nämlich gemerkt haben, ich bin der Gewinner. Spasten. Es geht darum, dass wir als Katze hier Sachen zerstören müssen und damit Punkte sammeln müssen. Oh, werf mich doch nicht so weg, Digga. Nein, ich will mindestens noch die 100 schaffen. Die sind doch alle rausgegangen, die... Gewonnen. Gehen wir mal zurück. Das war sweet. Ja, Werbung ist schön. Ah. Ich habe doch gerade auf Skip Video gedrückt, so. Wir machen mal... Wir schauen uns mal eben den Singleplayer an. Gucken wir noch mal zum Schluss den Multiplayer an. Oh, jetzt können wir uns... Ah, jetzt können wir uns frei bewegen, ohne dass Zeit abläuft. Dann gucken wir uns gleich noch mal den Match an. Vorhin das war ja Quick-Spiel. Wow. Come on. Ey, was macht ihr denn? Come on. Geht ihr so mit euren Tieren um, oder was? Awesome. Ja, awesome. Awesome am Arsch. Kann ich die Scheibe kaputt machen? Oh, ich bin so süß. Ich wollte schon immer mal süß sein. Oh. Iuh, Windows XP... Oh, wohl, XP ist gut. Ich will... Youporn gucken. Lass mich doch mal Youporn gucken. Es geht mal an die Tastatur. Nein. Ich will Youporn gucken. Nein. Ich brauche die Tastatur. Jot. Oh. Oh, die Tastatur ist falsch rum. Kann ich mit der Truhe irgendwas machen? Nö. Also ich kann ihn... Nichts hintergegeben... Was ist das für ein Raum? Alter. Was ist das für ein riesiges Badezimmer? Oh, sie ist süß. Oh, die sieht aus wie meine alte Katze Felix. Oh, ich bin tierverrückt. Merkt man überhaupt nicht. Wow. Das ist... Voll geil, wie hoch die Katze springen kann. Kann ich mich auch ersaufen lassen? Nein, ne? Will ich auch gar nicht. Ich bin viel zu süß, um zu sterben. Jetzt geht er. Jetzt geht er. Ich will hier nicht drin sein. Ich hasse Wasser. Hey, guck mal. Also, jetzt ist der Schwanz wieder hoch. Okay, das war das Badezimmer. Ich will mir erst mal hier die ganzen Räume anschauen. So viele Leute, die sich nicht um mich kümmern. Oh, noch ein PC. Vielleicht kann ich Helioporn eingeben. Ich glaube, dass sie es... Oh, er setzt sich hin. Er, sie, er setzt sich hin. Ich sag mal, es ist ein R. Oh, es ist süß. Obwohl, ich würde eher sagen, es ist ein Sie, oder? Ja, ich würde dich gerne streicheln, aber es geht nicht. Du guckst so gruselig. Warum? Ey, ich wollte einen PC... Hallo? Halt die Schnauze. Was heißt denn? Kümmert euch doch mal um mich. Du guckst hier schön hier Porn und... Wow. Ich habe gar nichts gemacht, ey. Alter. Oh. Geiles Spiel, Alter. Geiles Spiel. Das Spiel ist gratis im App Store erhältlich. Heißt Catching Immulator. Fernseher, sowas braucht keiner. Also wie gesagt, ist gratis im App Store erhältlich und 100% empfehlenswert. Ich würde es cool finden, wenn die Entwickler vielleicht mit einem Update irgendwann noch... ...mehr Updates rausbringen würden. Zum Beispiel jetzt andere Maps zum Beispiel. Oh, gleichgesinnten. Das muss ich gucken. Setz dich hin. Hinsetzen. Genau. Und den Film gucken. Scheiß drauf. Ich bin süßer. Oh, wie süß. Oh, es tut mir leid. Ich muss erstmal einen Screenshot machen. Weil sowas Süßes braucht... Oh, er legt sich seine Pfote ab. Es... Er hat sich... Er hat sich seine Pfote... Oh, es kratzt sich. Ist das süß. Hier steht noch zu viel... Au. Hier steht noch so viel Krempel rum. Oh. Was ist das hier, Walt? Wer baut hier sowas? Warum baut man hier im Sofa so eine Kacke rein? Man sollte hier noch nach draußen gehen können. In einem Balkon oder nach dem Garten. Ich finde, so ein paar andere Maps könnte man hier noch machen. Ansonsten würde das Spiel natürlich nach der Zeit ein bisschen... Weiß ich gar nicht, ob es langweiliger werden kann. Irgendwie... Ich habe jetzt gerade total meinen Spaß hier um es zu geben. Warum steht das Bett mitten im Wohnzimmer? Was ist das überhaupt für eine Raumverteilung? Und... Hier ist gerade mal Platz für zwei Leute. Wer petten hier überhaupt? Wer ist jetzt hier Mann und Frau? Wir haben jetzt zwei Frauen und zwei Männer. Ist das hier... Irgendwas stimmt hier nicht. Wolken. Wie sieht das eigentlich von vorne aus, wenn ich schlage? Guck mal, richtig kämpfen. Oh, das ist so cute. Das ist so cute. Wow, Digga. Ich hätte... Motherfucker. Ey, jetzt geht... Ich hätte meinen Genick brechen können. Aha, du willst schlagen? Du willst kämpfen oder was? Warum schafft ihr euch eine Katze an, wenn ihr euch nicht mehr um die Katze kümmern könnt? Okay, schauen wir uns jetzt mal eben dieses... Diesen Match an. Quickplay habe ich vorhin gemacht. Jetzt machen wir Custom Match. Werbung. Time Challenge privat. Nee, nix. Time. Bei Time habe ich keine Lust zu. Time hat noch... Oh, okay. Äh, Room Name. Ah, da kann ich hier... Ah. Jetzt habe ich den Schock. Boah, da... Den gibt's. Hier kann ich mein eigenes... Komm, wir machen aber nochmal so ein Quickplay, oder? Aber das fand ich doch irgendwie lustig. Wie viel Zeit haben wir noch? Eine Minute sechs. Wir können noch aufholen. Oder auch nicht. Jetzt. Wir sollten lieber in die Küche, weil da können wir die meisten Punkte sammeln. Äh, Küche sag ich schon. Hier, was immer das hier sein soll. Wohnzimmer oder so. Ey, du hast ja hier alles schon zerstört. Komm ich an die Bücher dran. Das wisst ich, oder? Boah, guck mal, Alter. Der hat jetzt so viele Punkte. Den hole ich niemand mehr ein, Alter. Wow, was war das? Hä? Ich sehe hier keine Katze. Irgend... Das ist Foltergeist. Boah, die Musik ist geil. Die macht gute Laune. So. Happy Birthday. Happy Bug 12. Eine Runde machen wir noch. Das Spiel macht echt verdammt Spaß, nicht zugeben. Ey, das ist mein Platz. Hier hast du nichts zu suchen. Wow. Sorry, Mister. Ich glaube, die Personen sind einfach nur da, um das Spiel ein bisschen zu erschweren. Weil die schützen ja einen weg, das soll ein bisschen, ich glaube, ich glaube, oh, hier sind ja mehrere PCs. Das scheinen ja richtig hier Bürogebäude zu sein und so. Let's get down hoch. Ich kann nicht mehr aufholen, oder? Was ist das hier eigentlich oben? Okay, ich will mindestens zweiter Platz sein, dann bin ich schon zufrieden. Okay, zweiter Platz bin ich mir zufrieden. Ich würde dann auch sagen, ja, kurz weg hier. So. Ich würde dann sagen, ich lasse das Video für heute auch erstmal so stehen. Falls ihr noch mehr sehen wollt davon, dann, äh, Ton aus, wann verwirrt mich das? Äh, dann lass mir einen Kommentar da, aber wie voll das süße Spiel und richtig geiles Spiel, muss ich sagen. Kann ich nur empfehlen. Äh, hier könnt ihr auch nochmal, hier Cat Simulator ist gerade im App Store erhältlich. Hat auch super gute Bewertungen. Deswegen habe ich gedacht, so lade ich mal einfach runter. Und das ist so süß, damit hätte ich nicht gerechnet. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wir sehen uns dann wieder im nächsten Video. Ciao.